Ein Mann kommt in eine Bar und bestellt zwei Whiskys. Der Barkeeper fragt, wollen Sie beide Whiskys jetzt oder einen nach dem anderen? Der Mann antwortet, oh, ich möchte beide jetzt. Der eine ist für mich und der andere für diesen kleinen Kerl da. Er zieht aus seiner Tasche einen 5 cm großen Mann hervor. Der Barkeeper ist verblüfft. Kann der überhaupt trinken? Natürlich kann er trinken, antwortet der Mann. Der Barkeeper schenkt die Whiskys aus. Der kleine Mann trinkt seinen Whisky in einem Zug. Das ist verblüffend, sagt der Barkeeper. Was kann er sonst noch tun? Kann er gehen? Natürlich kann er gehen, antwortet der Mann. Er wirft eine Münze ans andere Ende des Tresens und sagt, Manfred, hol mir die Münze! Der kleine Mann rennt ans andere Ende des Tresens, hebt die Münze auf und bringt sie zurück. Der Barkeeper ist begeistert. Das ist verblüffend, sagt er. Was kann er sonst noch tun? Kann er auch sprechen? Natürlich kann er sprechen, antwortet der Mann. Manni, erzähl doch mal die Geschichte, als wir zusammen in Afrika auf der Jagd waren und du diesen Medizinmann einen Quecksalber genannt hast. 巨星-Gerl Benizinmann Alex